Willkommen zurück bei Heroes and Generals. Ich habe jetzt keine Zeit mit dir zu reden. Ich habe gerade neue Handlungsgefehler. Gefehler, ja. Gefehler. Neuer Handlungsgefehler habe ich bekommen. Wir fehlen. So, aber da will ich gar nicht hin. Ich fahr fahren. Ja, ich auch. Ach, wir sind bestimmt wieder nicht im selben... Ja, das ist ja bei mir. Ich bin im elitesten Ort, da lasst du mich rein. Da kommt man nur rein, wenn man in Tutus trägt. Diese Düssel? Mit Strumpfhosen muss man dann haben. Ich trage keine Strumpfhosen. Ich trage einen Rock. Ist das nicht auch egal? Du kannst ja noch eine Strumpfhose drunter ziehen. Ja, super. Ich trage auch wieder ein Kollege in der Strumpfhose. Ist da einer drin? Dann fliehen die Granaten. immer mit dem knüppel ganz feste drauf besser anfängt zu lachen dann weißt du jetzt wo bist du denn zwei in der scheune wo zwei bin ich denn dann gespawnt ich war nicht so lange hier gotto 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 gott ich bin ja ganz woanders nein ich bewege mich auf dem weg zu o1 ach du bist auf dieser ganz anderen hälfte von kampfgebiet gelönt wir werden uns aber wieder sehen schneit bohrs so jetzt bin ich bei dir na gut noch nicht ganz ich regel jetzt hier mal ich muss ich ja arbeiten mein das ist so gemein wenn ich wirklich fast die ganze strecke schwimmen lässt und dann du kannst quasi schon den strand an passen genau dann ist ich habe letztens sage und schreibe zwei night vision googles googles hintereinander gefunden bei heroes und generals bei dem französischen ableger davon ja hamburger royal aber mit käse erzählen sie weiter die geräusche musste noch mal hier nicht hoch richtig leiter so das wünsche ich habe einen markier oder irgendjemand hatten okay dann war er das los geht er hoch warum gehst du denn da nicht hoch ich bin zu hause ich bin unter der brücke steht das essen schon beraten wurde der karton schon vorgewärmt ich habe keine kartons hier das ist das blöde dann ist das auch nicht dein zu hause ich habe hier ein jacky pinkel dauer warte mal ich schwimme nicht mehr ich aber deine leiche schwimmt noch ein bisschen ja weißt du von wo ungefähr ja von der straße rechts von der brücke geht die straße hoch in dieses dorf und dana mauer stand da der schuft meine leiche ist jetzt treibt gut verabschiedet und sagt treibt gut worum ein schönen werden wir auch fertigen panzer einen moment ich muss mal aus dem bus steht einen deutschen ist wir kämpfen bestimmt ans fenster schieß mal aus dem bus ich gehe mal weg von der unter der brücke die richte Ernsthaft? Geht er da oben nicht hin und guckt? Schwimm, Forrest, schwimm! Ach, ins Haus laufen, das kann er. Ich bin an Land. Bradley. Ah, hier hat man einen schönen Blick auf die Brücke. Ah, dieser Hitmarker, ich hasse sie nicht, die Pest. Ich sehe deinen Arm da, das reicht mir. Kann doch nicht. Guckt er jetzt da durch? Wo ist er? Ah. Was ist denn da hin? Guckst du auch rüber oder rüber? Hallo, Forrest, fährt Fahrrad, das ist ja schön. Ich fahr auch ein Fahrrad mit dir. Hui! Sie ist schreit schon, der Herr Wien. Steht da oben jemand? Oh, nein, nein! Ah! Fährt er einfach vorbei? Ah, er ist ausgestiegen. Ich bin weg. Oh mein Gott, ich treff sie nicht. Er ist weg. Wollen die mich verarschen? Was, das gibt's doch nicht! Dieser verfluchten Hitmarker, ich... Irgendwann zerstöre ich irgendwas. Hass! So, können wir denn mal weiter? Nein, wir müssen auf dich warten. Ah! Jetzt häng ich wieder an der verfluchten Einsatzwarteschlange. Ich hasse dieses Spiel. Oh mein Gott. Genau, Rage, mal... Zeig den Leuten dein wahres Gesicht. Ja, du wärst der beste Freund von Darth Vader. Aber der würde dich wahrscheinlich nie adoptieren, weil er sagt... Zu einfach. Das klingt nur wieder in deinem Kopf, logisch. Mach dir mal Gedanken darüber. Und du bist die ganze Zeit da blöd auf Fahrrad gefahren, ja? Ich habe die beiden Leute, die auf dich geschossen haben. Alle beide. Und du, ich's persönlich. Wahrscheinlich noch an schön wie die getanzt oder sonst so irgendwas. Ach, wo kommt der jetzt? Auf eine Reise... Ja, erstmal hab ich dir die Hand geschüttelt, du Spacko. Und gesagt, Dankeschön. So, hast du... Im Gegenteil ist ein Vaterland einen großen Pünch, ey. Wie denkst du denn jetzt? Ja, das ist eine gute Idee, Kollege Vector hier runterzurennen und sich dann einfach mal vor an meiner Füße zu legen. Genius! So, ich bin jetzt oberhalb von Ohr 1. Was mach ich hier? Ich renne da jetzt demnächst irgendwann auch hoch. Das ist zumindest der Plan. Also hier ist anscheinend niemand. Nein, das passiert hier nicht viel. Ich lauf mal rüber. Also ich bin jetzt zumindest schon auf diesem Bahnhofgelände gelöhnt. Und ich betrete jetzt das Gebäude. Jetzt bin ich hier auf dem Waggon. Jetzt ja nicht mal falle ich runter. Waggon. So, jetzt komm ich auch mal zu dicht da. Also ich bin alleine. Wüsste gar nicht. Hallo. So, wo kann man sich hier gut verkampen? Hier in der Ecke? Gar nicht. Durch Fenster kann man doch jetzt durchschießen. Hier sind nicht mal Fenster drin. Oder ist es rausgeschossen worden? Doch, das sind Fenster. Im Zweifelsfall sind keine Scheiben drin. Aber das Fenster ist das Ganze. Mit Ram... Nein... Entschuldigung. Warte los... Arsch. Ich hör irgendwas. Moped? Ich hab einen ganz langen Pfiff gerade gehört. Aber einen richtig langen Pfiff. So, unser's hier. Durchweg. Wie ist er denn? Ja, mach den mal weg. Ich muss nämlich mal kurz hier in die Versorgungskiste. Oh, da war eine Tür. Da hätte ich auch durchgehen können. Hier ist der ein feindlicher irgendwo. Wo? Wann? Woher? Nur wo? Bei dir? Auf der anderen Seite? Nein, verfehlt! Das geht noch niemals mit der Bazooka. Nein, ich bin kurz vor Exitus. Ich kann nicht. Ist er jetzt da drin oder wo ist er? Ja. Jetzt habe ich ihn. Ist der Bazooka da? Nein, das war gerade mit der M1903. Hier ist schon wieder einer. Wo kommen die denn mal reingerannt, dass ich die nicht sehe? Da ist auch einer lang gelaufen. Okay, draußen an der Versorgungskiste. Jetzt ist aber mal eine Leiche. Er läuft außen rum. Ach. Ja. Du hast ihn! Jawohl! Aha, Warteschlange. Uhu! Wie, Warteschlange? Ich hänge meine Warteschlange. Du kannst halt mit Schlangen. Attacke! Ich bin da am Arsch der Welt gesetzt. Regelst du da vorne jetzt mal wünschen? Von deinem Dorf und ich machen das. Ich habe schon wieder einen Schuss gefangen. Von deinem Dorf ist auch schon wieder tot. Der war nicht so lange hilfreich. Wie schnell sie das Ding auch wieder erobert haben hier. Ich bin auch nicht mehr so lange hilfreich. Wo ist der Typ? Ah, der hängt da hinter dem Schrank. Der Penner. Habe ich ihn nicht gesehen. Ja, jetzt... Oh, okay. Alles klar. Ja, meine Waffe hat nichts mehr gebracht. Ich bewerte diesen Kampf nur mit einem Stern. Jawohl. Verfluchter Stuhl. Mach ich. So, haut rein. Genug Gerätsche. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Also, ah kacke, tschüss.